Die Situation in den überfüllten Flüchtlingslagern wird und wird nicht besser. Und so sind jetzt zwei Vorarlberger Gemeindeschefs aktiv geworden und werben für mehr Menschlichkeit. Bei diesen beiden Bürgermeistern handelt es sich, und das ist dann doch durchaus überraschend, um zwei FPÖ-Politiker. Dieter Ecker und Florian Kassarola. Wie reagieren die schwarzen Bürgermeister auf diesen blauen Vorstoß? Stefan Krobert hat nachgefragt. Vor fünf Wochen haben der Hohenemse Bürgermeister und sein Kollege aus Nenzing die Petition an ihre Kolleginnen verschickt. Es gehe den beiden blauen Bürgermeistern Vorarlbergs nicht um Migrationspolitik, sondern um Menschlichkeit. Immer wenn ich die Bilder aus den Flüchtlingslager sehe, wie Kinder, wie Frauen in unzureichenden hygienischen Zuständen, im Dreck, so muss man es ja sagen, hier über den Winter verweilen müssen, dann ist es für eine Europäische Union, für eine Wertegemeinschaft, wenn man es jetzt mal auf den Punkt bringen will, einfach menschenunwürdig. Helfen statt wegschauen. Die Bundesregierung möge ihre Haltung überdenken und Flüchtlinge, insbesondere Frauen, Kinder und ältere Menschen, aus den menschenunwürdigen Flüchtlingslagern aufnehmen. Unterstützung für die Petition gibt es unter anderem von den vier SPÖ-Bürgermeistern aus Bregenshardt, St. Gallenkirch und Börs. Ich kenne die zwei Bürgermeister gut, ich kenne den Florian Kastarola seit vielen, vielen Jahren. Ich weiß, dass das Schreiben authentisch ist. Er ist ja so, er ist kein klassischer FPÖler. Ich muss sagen, wenn da jetzt Kickl oder Hofer gestanden wäre, hätte man schwerer tun, das zum Unterstützen. Auch der einzige grüne Bürgermeister, Frank Matt aus Lochau, unterstützt die Petition. Aus der ÖVP spricht sich vor allem Lusten aus Kurt Fischer klar für die Petition aus. Bei diesem Thema müsse man auf dem parteipolitischen Auge blind sein. Doch damit scheint Fischer bei den Schwarzen in der Minderheit zu sein. Denn gab es anfänglich laut Egger einige positive Reaktionen von ÖVP-Kollegen, sei die Sache nun eingeschlafen. Die Vermutung? Ein Rüffel der ÖVP-Landesleitung unter dem Motto, man könne doch die strenge türkise Flüchtlingspolitik nicht durch schwarze ÖVP-Bürgermeister unterlaufen. Von der ÖVP-Spitze gibt es dazu keine Stellungnahme vor der Kamera. Nur so viel, es habe keine Interventionen vom Land gegeben. Die Initiative sei reine Privatsache der Bürgermeister. Ähnliches hören wir von der FPÖ-Landesspitze. Der Flüchtlingsbrief sei Sache der Kollegen Egger und Kassarola. Offizielle Parteilinie sei das aber nicht. Ich leiste mir den Luxus, gerade in meiner Funktion als Bürgermeister, meine eigene Meinung zu vertreten. Und das tue ich. Und ich hole mir die Meinungen nicht in einer Parteizentrale weder in Bregenz noch in Wien ab. Egger und Kassarola wollten die Initiative über den Gemeindeverband in Schwung bringen. Deren Präsidentin, Dornbirns ÖVP-Bürgermeisterin Andrea Kaufmann, meinte in einer schriftlichen Stellungnahme, Das Thema sei wichtig, alleine in Dornbirn leben derzeit 124 Asylwerber. Für eine nachhaltige und menschengerechte Flüchtlingspolitik benötigen wir neben einer nationalen Solidarität auch klare Regeln. Diese liegen aber nicht in der Kompetenz des Gemeindeverbands. Man könnte da sicher mutiger sein, weil ich weiß, dass aus vielen Kollegen, die jetzt eher der ÖVP zuzurechnen sind, sehr wohl auch eine Unterstützung für die Flüchtlingslager und eine Aufnahme für Flüchtlinge sehr wohl möglich wäre. Die beiden FPÖ-Bürgermeister hoffen auf weitere Unterstützung. Derzeit sind es nur etwas mehr als zehn Kolleginnen, die unterschrieben haben.